Und willkommen zurück zu Black Ops 3, wir spielen Waffenspiel in Newtown, weil alles andere viel zu groß ist, ne? Hey, lass doch mal Rocket jumpen mit nem Rocket Launcher, fuck this. Das geht nicht. Ich will jetzt nicht vorher bleiben. Ja, und dann fliegst du in der Luft rum. Aber wenn du jemanden anderen triffst... Hey, lass doch Stock und Stein spielen, ne? Oh Gott, das geht nicht. Ja, das ist bumm, so, du bist wieder bei Null, ja? Mit welchen Waffenspielern eigentlich? Ja, um Zufall gewählt, da kann alles kommen. Oh, ein Stück normale Pistole, jetzt machen wir grad Agent. Hey, komm schon, warum können wir nicht mal einmal Agent aufnehmen? Wir dürfen unsere Pistolensorten modifizieren, wie wir wollen, ja? Wir dürfen unsere Pistole schneller. Das ist doch ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Ich halte dieses so. Ich hab meine Waffen. Immerhin. Das ist scheiße, wenn man nur... Klavier. Ich weiß, wenn man Waffen bekommt, mit dem man nicht umgehen kann. Kleine Nutte! Oh, f*** dieses Dreieck. Hast du gerade einen Nahkampf gemacht? Ich glaube, wie leid ich hier rauskomme. Echt? Von keinem von Weitem hab ich den Kälte bekommen. Alter, da ist irgendjemand, der jetzt wegkommt und ich ziehe erst noch eure zweite Waffe. Tot! Gott! Gott, wenn der füste mich... Terminieren. Alter, wie weit ich eigentlich nicht so zu oben bin. Puh! Oh Gott! Ich hab ihn gesehen, oh mein Gott! Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Die kommt ja nicht so weg. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Ja! Oh mein Gott, danke! Wir sind der sniper! FIREBREAK GETTILTED Abschuss Ich sehe ja nicht mal Leute, das regt mich hart Ja, das sind die 10-Point im letzten Gänge REAPER ERLEDIGT FIREBREAK GETTILTED Was? Jetzt habe ich sie einfach in der Prozesse Ich spray drauf, aber nichts passiert Sprayn ist halt so ungenau Ich? Hab so drauf gehalten, Fabrice Und jemand ist schon bei 140 Nichts ausgeschaltet Ja Was? 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 Ja, ich hab... Ich hab... Ich hasse Sniper, Alter Ja, guck! Das passiert, ja? Was? Halt's mal! Dann fliegen sie einfach weg, ja? Nein! Nein! Nein, Alter! Ich komm da nicht weiter! Das ist... Die Sache ist halt, wir können alle die Position von den anderen noch im Web schützen lassen Was? Genau! Mit der Sniper, wo ich gerade spiele... Oh Mann! Also da, wo bei 130 ist, war eben 150 oder 120 Das ist der Kuss! Ja, das ist der Kuss! Ja, das ist der Kuss! Das ist der Kuss! Ja, aber wenn du der Kuss! Ja, aber wenn du der Kuss! Ja, Mann! Oh, Quickscope! Fabrice, ich hab no scope, Quickscope gemacht, ja? Oh, hi! 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 Ja! Was war das für ein ganzes Klicke hier? Ich könnte meinen, das wäre hier ein ganzes Kackels Oh, warum hast du das heraufgeschrieben? Fuck! Du hast mich jetzt zurückgesetzt! Alter! Boah! Kuss! Das letzte ist der Kuss! Das ist der Kuss! Oh! Alter! Das waren 7 Minuten, ja? Puh! Krass! Seh ihn da nur so mit der... Der ist einfach unter dich schießen müssen! Ja! Hab ich doch grad versucht gehabt, ja! Ja, Mann! Und er musste nachladen, ne? Voll gegen sein! Fabrice! Du bist der erste von hinten! Also, der erste Verlierer! Na und du bist der letzte Verlierer, ja? Shit! Ja! Ja! Warte ich denn Rückschlag, ja? Also... Also nicht mit dem Nahkampf... Ich glaube, jetzt könnte Zeit sein für ein Agent, oder? Wir haben da nur Pistolen, und dann... Ziemliche anderen... Außer... Ja! Ja! Wir dürfen alle eine Pistole dran machen, nein? Ja! Aber eine oder... Das wird doppelt Pistole, ich weiß! Das ist euch überlassen, ja? Das ist euch überlassen, ja? Ihr könnt es auch mal noch... Drei Pistolen? Ja, doch jetzt! Eine Haupt- und eine Nebenpistole... Nein, eine Pistole! Und MP10, dann macht das gut! Nein, Pistole! Pistole! Pistole, okay! Pistole! Ja, guck! Wie hier, ne? Guck mal, meine hübsche Waffe einfach! Ah! Granaten darf man auch, ne? Ja! Hier muss ich meine Waffe noch anpassen! Vielleicht war ich mal zuerst! Dann mach ich auch noch mal mit der Agent! Ja! Du hast deine Waffe schon! Kannst du mal lassen? Hey! Ich darf sie noch überarbeiten, ja? Ich darf sie ja wohl noch! Ja! Muss auch vielleicht! Also... Wenn ich hallo, die Zoffre. Dann mach ich mal. Waffe auf dich... Ich darf das nicht mehr mit dem Leben nicht mehr. Ich darf die Zoffre. Das ist eine Cache. Wir können das zwei Mal mit dem Leben lang nach! Ja! Das ist, was ich will. Sobald das auch immer, ich muss mich. Ja, ich laufe mit dem Granatwerfer vor, ja. Das muss schon eine Pistole sein. Wie sieht die denn aus, ja? Ist roten. Ist egal, kannst du auch... Ja, den kommt schon, ja. Kann er ruhig haben. Was ist das? Was ist das? Nein, come on! Oh, okay. Ja, das ist toll. Der Verpiesgel. Der Verpiesgel. Der Verpiesgel. Der Verpiesgel. Die Totenstelle klingt nicht viel, ja. Das ist schon viel. Okay. Gehst du noch ein drauf? Film mal dein Agent aus. Die Glöschung. Alles draußen, dann kannst du da Konferen machen. Ich kann doch wieder Kimbo spielen. Obwohl sie gerade alle prühen Kimbo. Ja. Gott, Freund schon, ja. Kann man auch zwei endlich machen. Kann man theoretisch auch ein balistisches Messer verwenden? Nein. Was bringt's denn Messer zum Feuer? Ich hab dich gemessert. Ich hab dich gefickt aus der Ferne, ja? Sagte Gott zum Mafio. Wer ist gerade am Basteln? Ich. Danke. Entschuldigung. Der muss da noch was sein. Du? Du musst noch. Ich hab's gerade. Okay. Ich hab's gerade. Das ist doch wohl nicht wahr. Konversation. 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 Ist es noch an oder? Ja. 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 Und? Oh Gott. Nein. Ich hab's vielleicht noch begründen können, warum ich das wähle, was ich wähle. Ja. 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 Es ist halt ein riesiges Brettspiel, wo die dann halt auf dem Brettspiel rumlaufen. Und dann gibt's so Punishment, Spragle, Fragen und sowas. Und ich denke, dass ein Partys wäre f*** geil für Pro Brawl für mich, eh? Dennis, jetzt mach. Ja. Ja. Ich hab's fast geschafft, okay? Gib mir nur kurz. Ach. Der Forderg ist noch nicht so gut. Na komm! What the hell? Mann! Ich hab ihn zehnmal aus der f***ing Stage geworfen. Warum stirbt der nicht? Es ist impossible einfach. Ich hab auf einfach gestellt die Scheiße. Suposable.. Suposable.. Call me, Beat me, if you want to REach me. Call me, Beat me. Das klingt alles ziemlich . Was ist das immer? Alle klatschen so. Wow, verfrühlt. Ja, weiter. Nein, weiter kann ich nicht. Ging es darum, nicht einfach nur zu rappen und irgendein Scheiß? Er wollte seine Hypnose-Shampoo verdienen. Ja, aber wollten das irgendwie nicht alle sowas verkaufen? Nein. Ron wollte einfach nur seine Story erzählen. Was? Okay, dann kommen wir. Wie viele Kills? Das ist mal bei 30, oder? Ja. Genau. Würden wir unsere Fähigkeiten verwenden? Ja. Falls... Was passiert? ... 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 hier ausgeschaltet erledigt PULVARISIER Ich hab Vollmachtel geschlossen The fuck? Was the fuck? Ja, Alter Du musst ja deine Waffen angucken Ja, irgendwann mal vor zwei Jahren oder so Wollen wir mal die Idee fahren, oder? Alter, wie viel willst du aushalten? Ich lass mich jetzt vom Arm zu schwanken Alter, du ruhig deinen Vorschriften Weint ausgeschaltet Ach Yay, ich hab ne PULVARISIER Ich hab auf dem Minimand gesehen wo du warst Aber der hat mich einfach verwirrt Wo zur Hölle seid ihr? Ich bin in der Hölle Right behind Wow, die sagen ja alle neutralisiert ausserviert Was? 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 Thomas? Was? Thomas ist weiter Oh mein Gott Das hat mich nicht getötet Aber ich wusste wo du willst Du hast ja mit Was war das grad? Luststöner Nein, ich meinst das Knacken Lustknacken? Oh mein Gott Nicht alles ist gleich lustvoll Warum nicht? Lust nicht alles ist gleich lustvoll Das ist nicht gleich Lassek oder wo Return of the last Gott Was? Leute Erstmal hier ein paar Puppenköpfen Lass mich in Ruhe Wie ein Feld voll Spall Da geh ich nicht lang Oh Spall, hab ich gesagt Schwarm Ich sch... Are you kidding me? Wer bringt die denn immer mit? Doja Doja hat nen Schwarm Ich weiß dass er nen Schwarm hat Aua Aber Jesus fucking Christ Wir müssen hier das hier nicht alle wissen Mir wird interessiert sich mit einem Schwarm berühren Niemand interessiert's Zerstört Bleiben sie zurück Ich bin ein Elchen des FBI Oh mein... Hab schon Mein Name ist... Wo ist der grad... Wo ist der grad gepistelfistet? Elchen der Reiniger und Yuki Wie viel? Boah Tricks Blanker Ich würde gerade effektiv Ich bin hier zu dem Nein Stopp Aus Vollmattelgestoße Bring ein Kreis Oh... Du kleiner Du kleiner Kleiner Ich war hinter dir Ich bin hier 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 Ah, Mann! Schon wieder von hinten Sovoo Ich seh keinen Ich hab' den Haken aufgelöstet. Schon wieder! Mann! Ich werd' die Garten von hinten mit Fisto! Fisto! Alter, ich mach' den nicht einmal kill. Ich mach' den Boden da an dem Fall. Letzter Pils! Nein! Nein! Ekelhaft! Oh, mein Lichtfordergott! Oh, ich bin noch reingekriegt! Fuck ist's! Der war außerhalb der Map! Was ist denn? Oh, was ist denn? Oh ja, nachgab! So, ich mach' mal! Fuck! Fuck! Ich rutsch' das aber einfach die fucking Treppen runter! Wer will denn zum Spielen kommen? Hm, deadass! Oh, du... Ey, hör auf meinen Arsch zu holen! Du absolute Kunt! Du hast'n fucking Wächterstil! Was?! Ey, ich hab' ihm locker vier Schüsse gegeben, Mann! Lass Wächter in Ruhe! Wächter, geschildigt, Schwumpe! Guck's ihm auf! Wächter, John! Was? Ey, du Wächter! Fuck you, you're fucking Wächter! Nullet abgeschossen! Ich hab' ihn auf den Tor und drüben gebollen! Wärts denn noch da? Sollte, honk, Post, du wirst das für ein Ring getötet! Ja, ja, ja! Das hab' ich ja auch nicht! Ne, ich hab' einfach nur vollen Masse! Nein! 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 Das ist fucking Wienens! 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 Warum bist du da schon wieder? Ich bin hier hinten gespawnt! Was soll die Scheiße? Wienens! 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 Was denn das? Oh, wo kommen die? Oh, der kommt wieder mit dem... Oh, ich hab den falschen! Kommt der angerannt, ja? Wie ein arflicher Junge, wenn uns den Tomahawk abzuholen! Mis! Das war kein Tomahawk, das war der Flamme, der mich gekehlt hat! Oh, wer hat sich denn da Vorräte geholt? Alter, 20 Minuten! Weitlich hälzt noch untermehen! Dreh! Aua, wer schießt? Nein, 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 nein! Wirst du was für uns getötet? Nein! Er hat die Hellstomper verwendet, um mich zu killen! Ey! Wirst du da hochgeben, irgendein Problem haben zu holen? Oh Gott! Das ist einer! Das ist einer! WTF?! Alter! Da kommt er! Are you fucking gay?! Schönen, boll! Halt! 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 NICE! Oh mein Gott, er hat einfach... Ich hab zwei Mantle! Ich glaub ich brauch drei Stoße oder so. Hahahaha! Okay! Das war geil! Ich will eine Wiederholung davon! Ja, von meinem Turm auch. Ich hab geküsst. Ja! Abbruchete ausgeschaltet! Ich hab's nicht gehalten, wie der kleine von euch gewonnen ist, oder? Nö, wir haben alle keine. Oh, so. Schüss. Das ist der Kettich! Hallöchen! Und dann kommt der MG im Arm! Ach! Hat der mich gepflegt? Oh gut, hat der mich gepflegt, oder? Ja! Ja! Du kannst mich nicht escape! Du kannst mich catchen, Galeford! Fuck! Ich dachte, ich treffe! Ich kann! Nein, du triffst nicht, weil... Trophy-Sister! Ey... War mal! Macht alles kaputt! Äh! Trophy-Sister schon war mal. Bist du tot? Ich hab's nicht bis mal gescheit. Wo seid ihr denn? In irgendwelcher Hobbys, oder so? Ja, die hat ihr denn abschließen. Boah, ja! Von hinten! Tot! Oh mein Gott! Wo kommen die alle her? Von überall und nirgendwo! Was? Komm, okay! Wir waren gerade alle auf Eier! Ey, ich glaub, das wird ein Android kappen. Nein, ich hab's nicht gesehen. Lass mich jetzt Ruhe! Ah! Wo kam der noch her? Da nahe, Ritter der Kumpel! Aber echt? Alter! Rätschen, bläst dich halt raus! Autsch! Granate! Oh mein Gott! Na fuck so, halt! Mit der... Scheiße! Warte Herren! Ich hab dir ein fucking ganzes Magazin in den Asus gebrannt! Ja, und dann fröhle ich dich weg! Wer ist doch? Der rennt doch! Der Einzeste, der so rennt, ist Dorian, oder? Knusprig! No! Really? Alle drei zusetzt knusprig gemacht! Nein, mich hast du nicht gesorfen! Doch! Ja, ich... ich hab ihn... Ja, sie ist auf mich gebrannt! Lalalala! Er sprayt einfach nicht! Ja, mehr braucht man nicht von dem Flammenwerfer! Einmal den Flammen tot! Komm her! Du bist... du bist so ein, äh... W... Pyro, ne? Vorwärtsdrücken Flammenwerfer! Frau Priest! M1 Pyro! Ich dachte wir spielen hier COT und nicht Tier 2! Nee, ich bin einfach doch nicht! Ich bin einfach nur Echt! Du bist so ein, äh... Wir haben ihn extrem... Wir haben ihn davon gesucht! F Dassel wir.